Sindelhochbau GmbH – Innovation in Beton Das eigentümergeführte Unternehmen Sindelhochbau mit Sitz in Dombühl ist der Spezialist für Planung und Produktion von Betonmöbeln für den Außenbereich. Gerne verwirklicht das kreative Team auch ihre persönlichen Vorstellungen. Alle Möbel können problemlos deutschlandweit geliefert werden. Ob Autobahnraststätten, Parks, Uferpromenaden, Freibäder, individuelle Hausgärten oder die Grünflächen vor dem Bürogebäude – die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich. Die Betonmöbel sind mit einer wasserabweisenden Imprägnierung und auf Wunsch mit Graffiti-Schutz versehen. Im Frühjahr lässt sich die Winterpatina ganz einfach mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Präzise Verarbeitung und perfekte Abstimmung garantieren Ihnen eine hervorragende Qualität. Wir können nicht alles bauen, aber was wir bauen, können wir. Betonmöbel von Sindel Hochbau in Dombühl Bescheid W irriterate